Charlotte Casiragy Charlotte Casiragy sieht einfach umwerfend aus. Wo auch immer sie auftaucht, ist sie elegant gekleidet und kann die Blicke auf sich ziehen. Jetzt beweist die schöne Tochter von Prinzessin Caroline, dass sie auch mit einem schlichten Look überzeugen kann. Bei der Ausstellungseröffnung von Saar Bonjelou und dem Designer-Duo Chantal Saccomano und Olivier Dayot in Paris präsentiert sie sich jetzt mit einem lockeren Dutt und dezentem Make-up. Dazu trägt sie ein dunkelblaues Top und einen schwarzen Blazer. Hingucker bei diesem schlechten Look? Ihre roten Lippen. Bei diesem tollen Aussehen braucht die 29-Jährige auch wirklich kein Profi-Make-up oder ein Stylistenteam. Charlotte Casiragy ist eine echte Augenweide.